In einigen Bundesländern beginnen jetzt die Sommerferien und der Start der Rhein, der macht natürlich Lust auf mehr. Diese Woche hat uns ja schon extrem viel Hochsommerwetter gebracht, wie es früher oftmals im Juli oder August der Fall war. Jetzt hatten wir es eben im Juni und der Juli wird dann später ein bisschen kühler werden. Jetzt haben wir es aber erst einmal noch mit diesem super Sommerwetter zu tun. Mit diesem Hochtandem ist die Hitze mal ein bisschen nach Westeuropa gerutscht, die kommt aber zum Wochenende zurück. Und wir haben es mit mäßiger Sommerhitze in Anführungszeichen zu tun. Richtig kalt ist es ja nicht, angenehm warm zumindest für die meisten. Dazu halten sich erst einmal in der Nordhälfte noch so hochnebelartige Wolken und Hochnebelfelder, die sich in der Nacht ausgebreitet haben. Und die sehen gerade am Nordrand der Mittelgebirge noch ziemlich düster aus. An der Ostsee scheint schon relativ früh die Sonne, an der Nordsee dauert es ein bisschen. In Nordfriesland geht es zuerst los auf den nordfriesischen Inseln, Sylt-För-Anrum und auf den Halligen, später auch auf den ostfriesischen Inseln. Im Süden und Südwesten, da ist und bleibt es strahlend sonnig. Und am Nachmittag setzt sich überall die Sonne durch. Aus diesem Hochnebel, Gebatzen, Gewölk werden ein paar bauschige Quellwolken. Ansonsten scheint einfach nur die Sonne. Und im mittleren Süden sind es 16 Stunden Sonne, an den Alpen zwei Stunden weniger und im Norden sind es so neun bis zwölf Stunden. Das heißt, ab dem späten Vormittag ist es auch hier meistens strahlend sonnig. Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen, dreht im Süden und Südwesten ein bisschen auf Nordost und er transportiert eben die weniger heiße Luft zu uns. Und vor allen Dingen ist die Luft schön klar zum Durchatmen. 18 bis 22 Grad sind es an der See, sonst 24 bis 28, im Markgräfler Land nochmal bis zu 31 Grad. In den Abendstunden wird es vor allen Dingen im Norden, in den Mittelgebirgen und in den Alpentälern rasch frisch. Im Südwesten und in den größeren Städten bleibt es einigermaßen lau und wir haben ja noch sehr lange Tage. Dazu haben wir überall richtig schönen Sommersonnenschein zum Einstieg in die Ferien.